Ich stelle die Frage ganz offen, ob auch ein gewisser Personenkult um dich auch entstanden ist. Nein. Da bist du jetzt ganz bescheiden und sagst, nein, ich würde sagen, ja doch, in gewisser Weise schon. Weil ich glaube, dass diese Inhalte, die du verbreitest, die Vorträge, die du hältst, sehr stark auch an deine Person geknüpft ist. Und ich sage das auch gar nicht kritisch. Ich will das auch gar nicht bewerten in dem Zusammenhang. Ich weiß, du guckst mich jetzt an und denkst, es ist irgendetwas. Es ist inhaltlich. Nein, darf ich dir sagen, wie ich sehe? Sag bitte. Die Menschen, die zu meinem Vortrag kommen, die finden diese Informationsinteressant. Die kaufen nicht ein Buch, nur weil ich es danach nach dem Vortrag unterschreibe, sondern die lesen das Buch. Ich wage das doch sehr zu bezweifeln. Du glaubst, die lesen das Buch nicht? Natürlich lesen die das Buch. Ja, aber dann interessieren sie sich doch für die Inhalte. Aber ich glaube, es ist die Kombination.